herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal mein name ist christoph von der firma autopartner und es war lange ruhig um uns wir sind wieder da also wir waren nie weg aber es ist viel passiert im letzten jahr und wir sind nicht dazu gekommen weitere videos für euch aufzunehmen aber das ändert sich jetzt wieder und zwar sind wir umgezogen wie ihr das mitgekriegt hat wahrscheinlich wie man das auch unschwer erkennen kann alle die uns noch an unserem alten standort kennen wissen dass wir da nicht mehr sind und ihr habt ja auch das vorher video gesehen wie das ganze vorher ausgesehen hat und jetzt zeige ich euch einmal was alles passiert ist wir haben erst mal einen richtig großen showroom mittlerweile den wir vorher gar nicht so hatten wir gehen auch gleich noch mal rein da stehen ich weiß gar nicht wie viele autos jetzt drin stehen zeigen wir euch gleich das ist unser außenbereich im endeffekt hier kommen die kunden angefahren und warten oder stellen ihre autos ab dann geht es rein wir haben auch eine riesengroße werkstatt mittlerweile also wir haben uns in jeglicher hinsicht sehr sehr vergrößert also wir haben mehr hebebühnen mehr ausstellungsfläche macht man in der regel dass man sich vergrößert und selten verkleinert hier geht es in die werkstatt hier geht es in den ausstellungsraum also wenn ihr als kunden zu uns kommt dann bitte immer durch diese glastür gehen weil da ist die werkstatt eingangstür das ist kein eingang wie man darauf lesen kann bitte wenn immer durch die tür das ist unsere neue werkstatt das klingt schön in den rücken geballert genau wir haben mittlerweile sechs bühnen also wir haben eine vier sollen bühne hier dann haben wir auch normale zwei sollen bühnen auch bis fünf tonnen sogar also wir haben uns ganz enorm vergrößert wir haben natürlich immer noch crazy fahrzeuge ist jetzt nicht so dass wir langweilig geblieben sind oder langweilig werden sondern wir haben hier zum beispiel jeep gladiator next level 6x6 wird der auch genannt drei achsen hummer h2 vw polo also wir machen nach wie vor alles pferd anhänger wir machen nach wie vor alles nicht nur amerikaner aber das ist schon unser steckenpferd werkstatt dann gehen wir weiter ins lager auch da also wir haben viele sachen da natürlich immer nicht alles man kann sie nicht alles ins lager legen aber auch wesentlich mehr lagerfläche ja licht wäre von vorteil wir haben das ganze so gemacht also das war ja früher schon mal ein autohaus wo wir hier sind und wir haben das im endeffekt größtenteils übernommen ähm unter anderem diese regal konstruktion haben wir übernommen aber wir haben das doppelstöckig gemacht weil die halle ist relativ hoch hier und in meinen oder unseren augen wäre das einfach verschenkter platz gewesen deswegen kommen wir gehen einfach mal hier durch wir haben jetzt hier die untere ebene die schon voll ist mit vielen sachen aber wir haben auch noch mal eine treppe wir können noch mal hochgehen brauchen wir jetzt nicht aber damit ihr euch das vorstellen könnt hier haben wir noch mal eine schöne große treppe aus stahl auch was vernünftiges da kannst du hochgehen und dann ist oben noch mal zusätzliche lagerfläche also im endeffekt das gleiche was hier unten ist noch mal doppelt und dann gehen wir weiter showroom genau da stehen die autos wir kriegen auch eine relativ große ladung es kommen jetzt 35 35 36 37 irgendwie so mittlerweile 39 autos aus amerika endlich wieder weil es war ja lange lange ruhig und wir hatten lange wenig bis keine autos und jetzt wird es wieder richtig proppevoll bei uns das heißt hier ist wieder die tür durch die die ihr dann bitte reinkommt wenn ihr kommt und dann ist das unser showroom ja immer schuhe da lege ich mein vater wert drauf im sommer natürlich nicht aber im winter wenn mit nassen schmuckigen schuhen die leute reinkommen deswegen liegt hier so eine teppich landschaft ja das ist es wir haben da hinten eine große tür durch die tür fahren wir unsere autos rein und raus das heißt wir sind leider bei manchen aber wir können darüber gehen falls man das so erkennt auf die distanz sind wir irgendwann an einem gewissen punkt begrenzt was den was die möglichkeiten des reinfahrens angeht aber wir kriegen schon eine ganze menge abgebildet und jetzt haben wir ganz gemischen bunt gemischten fuhrpark aber es wird noch mal wird wieder aufgefüllt jetzt durch die tür geht es rein und dann stehen hier alle unsere autos ich zeige euch auch in einem separaten video noch mal was wir so da haben jetzt möchte ich euch erstmal nur zeigen wie es hier so aussieht wir sind ein tüv prüfstützpunkt mittlerweile das heißt wir machen nicht nur regelmäßig tüv sondern wir sind ein richtig offizieller tüv prüfstützpunkt also wenn ihr irgendwelche fragen rund um den tüv habt könnt ihr gerne euch an uns wenden dann haben wir hier relativ viel umgebaut ich weiß nicht ob ihr das aus dem vorher video noch kennt das ist mein büro das vorderste hier das waren früher zwei büros das heißt diese tür diese einzelne tür gab es nicht sondern es war eine wand durchgezogen und dann waren das in dem alten autohaus was es halt mal war waren das zwei verkäuferbüros das haben wir umgestaltet weil ich persönlich mag es auch immer nicht wenn es so eng ist also ich habe immer gerne so ein bisschen mein tanzbereich wo ich mich ausbreiten kann und wo ich ein bisschen platz habe dann hier die tür gab es auch nicht das war also im endeffekt diese beiden glastüren gab es nicht den tresen gab es schon der stand ein bisschen woanders und dann haben wir hier hier sitzt unsere claudia das ist die die auch hinter der kamera ist die hat eigentlich nur ein radio gesicht deswegen hier sitzt claudia hier sitzt mein vater der gerade nicht da ist eine küche wir haben was wir sehr verändert haben ich weiß nicht ob die leute die das von früher kennen das autohaus hier ähm ja gut die mitarbeiterküche wisse in der regel als kolonie sehen aber wir haben weil die küche vorher im keller war das hat uns nicht gefallen haben wir für uns hier oben eine richtig geile küche hingesetzt und zwar haben wir hier unseren aufenthaltsraum wo wir halt ja wo wir den ganzen tag süßigkeiten essen man kann durch die scheibe durch gucken also wir können das könnte jetzt etwas spiegeln aber wir können euch sehen wenn ihr reinkommt ihr könnt uns nicht sehen also wenn wir hier sitzen und ihr reinkommt damit wir aber trotzdem mitkriegen wenn ihr ein kunde kommt und damit wir euch trotzdem sofort helfen können und unser essen komplett stehen und liegen lassen können und hechten dann raus zu euch ja komm dann gehen wir runter dann wo geht es ja noch weiter gehen wir in den keller hier ist ein untermieter den felix den werdet ihr vielleicht auch kennen die in hagen und umgebung ansässigen kennen ihn vielleicht als best motivation das heißt er ist jetzt nicht da äh wir filmen jetzt von hier mal nur rein aber der felix macht so kostüme und animation und ähm maskottchen arbeit bei großen vereinen und veranstaltungen werdet ihr sicherlich noch kennenlernen total geiler typ äh total geiles geschäftsmodell keller da brauchen wir jetzt das sind lagerräume da brauchen wir nicht rein da ist langweilig hier geht es in unsere aufbereitung ich hoffe das jetzt nicht zu laut genau hier werden unsere autos aufbereitet ähm wir haben hier mobile arbeitsbühnen arbeitsbühnen und das haben wir relativ neu unsere vorhang welt wir gehen mal eben ich mach mal im licht an weiß ja nicht ob das jetzt zu dunkel ist aber das ist unsere foto box foto ecke foto station die haben wir letzte woche gebaut weil mich persönlich hat das immer gestört wenn wir draußen fotos machen es war immer unterschiedliches wetter es war regnerisch es war sonnig es war hell es war dunkler das fand ich immer doof und hier können wir jetzt also wenn vielleicht ist das eine relativ simple konstruktion wir haben einfach umlaufende schienen hier reingebaut und das sind vorhänge die da vorhängen für mich war wichtig dass wir im effekt einen hintergrund haben der immer gleich ist wir sind hier unten unabhängig von äußeren faktoren egal was für ein wind und wetter draußen ist egal wie warm oder kalt es ist wir haben hier einen geilen boden der gleich gefecht werden muss auf jeden fall bevor wir fotos machen deswegen machen wir hier demnächst geile auto bilder ansonsten ist das hier lagerfläche hier lagern autos ein teil haben wir auch unter vermietet weil als wir hier angefangen haben waren das so große flächen dass wir gesagt haben das brauchen wir nicht das ist für uns zu groß ich stehe wahrscheinlich voll im dunkeln da kann man mich sehen und dann haben wir gesagt wir vermieten einen teil der flächen unter und theoretisch geht es da hinten noch weiter da ist jetzt umkleide und noch mal eine toilette die ist jetzt glaube ich nicht so spannend aber wenn wir da theoretisch durchgehen würden kämen wir oben in der werkstatt wieder raus weil über uns ist jetzt die werkstatt und wir können rausgehen eben wir haben nämlich damals auch das konnte man früher nicht hier um das gebäude fahren weil wir haben acht den waschplatz denen doch den er zeige ich noch man kann nämlich um unser gebäude einmal komplett drum herum fahren das war uns ganz wichtig fürs handling damit wir mit den autos nicht über die straße müssen das heißt wir sind jetzt hinterm haus quasi aber trotzdem kann man hier schon sehen da oben ist ein schönes großes tüv banner also hier ist viel passiert dann gehen wir einmal hoch zum waschplatz bis jetzt im hoch gesprungen weil wir jetzt keinen bock hat nach außen rum zu gehen zeigen euch den waschplatz das grundprinzip des waschplatz gab es früher auch schon das kennt ihr auch aus dem vorher video noch da stand da aus glasbaustein eine wand und wir waren da örtlich gebunden mit unserem waschplatz weil da der ablauf und der ölabscheider und das ganze drum herum ist das konnten wir natürlich jetzt nicht mal eben unter den arm nehmen und versetzen deswegen ist ja vom grundprinzip da geblieben aber wir haben den relativ groß gestaltet der ist gebaut aus so sandwichpanelen kennen manche von euch vielleicht so sandwichplatten heißen die damit haben wir auch die ganze decke abgehangen also wer sich auch da an das vorher video erinnern kann dass hier im endeffekt nichts war außer das normale dach und wir haben halt komplett die also die rohre erneuert und haben diese sandwichplatten hier reingelegt a für die dämmung und b aber auch weil das den raum wesentlich heller macht weil vorher war es dunkles wellblech und jetzt ist es schöne helle sandwichplatten das ist unser waschplatz ist jetzt leer weil im moment bereiten wir uns darauf vor es kommen halt ab morgen die ersten von diesen 35 38 autos und wenn ihr euch wundert warum auch drei dieser sandwichpaneele hier eine andere farbe haben dann könnt ihr einfach mal unseren azubi fragen woran das gelegen hat weil der nämlich aus versehen mal mit dem auto raus wollte und aber da raus gefahren ist deswegen mussten wir die mal tauschen ja so war das fehler passieren fehler passieren und im endeffekt ist das der waschplatz hier wird gewaschen und this is where the magic happens nein spaß und wenn wir jetzt raus gehen genau dann sind wir wieder auf unserem vorplatz und dann ist das der eric der sieht aber nichts hallo eric der ist im modus dann sind wir wieder auf unserem vorplatz und dann sind wir schon durch ja das war es eigentlich ich hoffe es hat euch gefallen ihr seid herzlich willkommen gerne vorbeizukommen euch das vor ort anzuschauen und ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen nach langer langer zeit hoffe ich dass einige von euch noch gucken wollen und jetzt kommen wieder regelmäßiger videos und wenn es euch gefallen hat wie immer lasst gerne ein like und ein abo da und bis zum nächsten mal macht gut gut über